yo meine freunde was geht super demo welt level sechs moment ich habe irgendwie so noch mal jetzt also guck mal was wir so haben spuck mal aus was willst du ja okay ja okay wir gucken erst mal was hier oben haben moment moment what the fuck war das was war das holy shit ja geht die geht die geht das war ja richtig uncool was da gerade irgendwie passiert ist nein schön auch guckt euch das an ich kriege heute irgendwie nichts mehr auf der kette oh bitte oh bitte kann ja nicht gut gehen fangen wir noch mal neu an ich bin ja an der anfangs doch wie dumm joshi komm her du blödes so mit den lecks kann ich nicht viel anfangen das gibt es doch gar nicht joshi du bist so dumm joshi verdammte axt du dummer dino du machst mich waren das gibt es doch nicht joshi am mann du bist ein kackvieh herr gott im himmel machst du mich wahnsinnig ja da oben weiß ich ob da war die schön dass vorher kann ich auf jeden fall mal weg leckt mich joshi du bist so dumm oder ich bin so dumm wie man immer man es auch nennen möchte ich werde jetzt hier mal ein self set setzen wenn ich mal gucken da mal hochfliegen was hier ja da ist irgendwas definitiv ist da irgendwas da muss ich jetzt nur hinkommen am besten mit lakitu so jetzt müssen wir nur hinkriegen da oben da oben da oben machen jetzt hier ein self set und holen uns hier den secret exit den kriege ich den effektiv jetzt danke ich wollte schon sagen da kommt ja nicht rein der dumme what the fuck ist es die hilfe was ist das pischwitsch und pischwitsch das ist gut müssen wo wir lang müssen um gottes willen und die frage ist natürlich wo müssen wir lang mit dem pischwitsch ne das ist eine gute frage wo müssen wir lang das ist ziemlich viel chaos schon wieder hier ach mein gott leckt mich junge ja toll so ok also normal ganze so wir gucken mal was hier ist Oh, bitte. Ja, komm, da wollte ich eigentlich drauf. Ähm. Oh, bitte. Willst du mich verkohlen? Dann machen wir das. Ja, ähm, wie machen wir das? Scheiße, wie machen wir das? So, jetzt nochmal. Jetzt komm her. Und jetzt, hepp. Da oben. Da oben. Okay. Ähm, das wird jetzt sowieso nichts mehr, glaube ich. Ähm, ja. Ohne Feder wird das schwer. Ohne Feder wird das ganz, ganz schwer, würde ich mal sagen. So. Ja, ich hab jetzt natürlich, das ist klug, dass ich jetzt Blumen habe, ne. Aber eine Feder kann ich mir noch holen. So. Da würde ich mal vorschlagen, Mogelmonster jetzt mal so ein bisschen durch das Level. Da, 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 da. Gucken wir mal, was wir schaffen da. Ey. Du Arsch. Dino. Echt? Sama. Du bist... Kacke, Yoshi. Oh, jetzt ist das Dumme. Leck mich. Mann. Ich hasse dieses Level. So, nochmal. Nochmal das Ganze jetzt. Herrgott, das kann doch... ...nie so schwer sein. Ja. Dieser dumme Lakitu, ne. Alter. Geh kaputt. Ist doch lächerlich. Herrgott, ey. So. Ey, das ist... Du kriegst das nicht hin. Das ist... Wie nervig, dieser dumme Lakitu. Schon wieder. Warum? Mann. Normal. Ey. Ich krieg die Grenze. Da ist er wieder. Du. Ohne Witz. Komm her. Sag mal. Ey, dieser dumme... Warum? Guck, guck. Warum krieg ich den... Pisser nicht gefressen? Geh doch kaputt. Mann. Alter. Nein. Das ist doch ein Scheiß. So. Ey. Ohne Witz. Nee, ne. Herrgott im Himmel. So. Meine Güte. Jetzt ist es aber auch mal gut hier, ne. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier oben irgendwo einen Schlüssel finden. Und zwar irgendwo, wo es auch Sinn macht. So. Safe State. Dann gucken wir mal, ob wir da drüben haben. Okay, da landen wir hier. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier haben. Ob wir da einen Schlüssel drin finden. Äh. Dam, dam, didadidam, radidam, didam, 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 dam. Ja. Toll. Hm. Ja, wo ist dann der Schlüssel? Stellen wir uns die Frage. Oh, guck mal, da oben ist eine Röhre. Ähm. Tja. Die Frage ist nur, wo ist der Schlüssel? Da unten ist er definitiv nicht. Ähm. Ja. Wo ist der Schlüssel? Da ist definitiv ein P-Switch, den wir brauchen könnten. Wofür was? Alter. Wofür der P-Switch? Wofür der P-Switch? Irgendwofür muss der ja sein, ne? Nicht dafür. Hm. Tja. Hm. Tja. Ähm. Wir fressen den ja mal. Und gucken mal, ob wir hier irgendwo was finden. Dann nicht. Gucken wir einfach mal. Tja. So war das eigentlich nicht geplant. Ähm. Herrgott im Himmel. Mensch. Das ist ja wieder köstlich hier. Da lachen ja die Jühner. Mit den Chicken Wings. Hm. Oh. Tja. Dann fliegen wir mal weiter. Also irgendwie muss ja hier mal was sein, ne? Also. Hm. Hm. Schön. Ein Buggy Level. Na, das ist ja. Irgendwas ist doch hier. Oh. Guck mal da. Aber auf jeden Fall. Äh. Ja. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt. Hm. Leckt mich? Tja. Ähm. Machen wir mal ein Safe State. Ähm. Wir müssen ja gucken, irgendwo. Müssen wir doofen Peace Switch hier einaktivieren. Um irgendwo mal was halbwegs fähiges zu finden. Da. Da. Ah. Okay. Haben wir. Gut. Wir wissen's. Leckt mich. Safe State. Octavian. Leckt mich. Oh. Das ist wahnsinnig. Das ist dieses Level, ne? Ich glaub, das war ein bisschen knapp, ne? Ja. Müsste aber passen. Locker. Gut. Haben wir. Yes, we did it. Gut. Da. Ey. Echt jetzt? Und dann wird's denselben Scheiß noch mal. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt echt jetzt mal? Derselbe Kackding und schon wieder? Alter, wollt ihr mich irgendwie? Ich weiß ja nicht, was das soll, aber irgendwas ist hier... Na, Röhre? Hä? Doch denselben Kack schon wieder. Hä? Schön. Dann haben wir wieder einen scheiß Pi-Schwitsch. Alter, leckt mich, Spiel. Ohne Witz. Oh, Spiel. Du kannst mich mal so am Arsch lecken, ne? Das kann doch nicht sein. Irgendwie muss man da hier weiterkommen. Jetzt ist er weg, der Yoshi. Irgendwas läuft hier ganz falsch in dem Level. Irgendwas ist hier völlig... Das funktioniert doch von vorne bis hinten nicht. Irgendwas ist hier... Ich verstehe den Sinn und Zweck nicht. von diesen... Secret-Dingern. Gottes Willen. Ja. Hm. So, das ist wieder... Pfff. Keine Ahnung. Hm. Tja. Mensch, der Pi-Schwitsch schon wieder. Sind wir ja weit gekommen, nicht wahr? Ja, da mit dem Münzen, da waren wir schon. Ach ja, ja, top. Hm. Level kann ich auch nicht verlassen. Das heißt, wir hängen jetzt hier fest. Schlimmste Falle, müsste ich mich töten lassen. Töten dann. Tja. Das ist derselbe Ausgang. Und irgendwie blicke ich nicht durch. Ich verstehe. Ich verstehe das Level nicht. Hm. Ich glaube, jetzt die Röhre, die kennen wir ja auch schon. Die ist ja nicht gerade sehr unbekannt. Richtig, ja. Top. Top. Mensch. Da kommt ja Freude auf. Da kacke ich mir fast in die Buchse, ey. Oh, Scheiß. Ach ja, ja, komm. Bla, blub. Oh, bitte. Yoshi, du musst auch springen, wenn ich mal die Sprungtaste drücke. Dummes Vieh. Yoshi. Du bist... Kacke bist du. Herrgott im Himmel, ne? Ich glaube, ich habe noch nie in einem Super-Demon so viele Save-on-Load-States gesetzt wie in diesem. Echt mal. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal in dieselbe Röhre wieder rein wie gerade, weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Und irgendwie muss da ja mal... Weiß ich nicht, ey. Irgendwas muss ja ja passieren, ne? Safe-State. Also, auf jeden Fall sind wir hier in was Neuem. Was ist, wenn wir denn in dieselbe Röhre noch... Alter, Yoshi. Was ist denn, wenn wir in dieselbe Röhre, die wir gerade hatten, noch mal reingehen? Einfach mal so jetzt. Zum Spaß. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Richtig? Richtig. So, dann haben wir dieselbe Röhre noch mal. Gucken wir einfach mal. Oh, bitte, Yoshi. Mensch. Nee, jetzt sind wir ja wieder hier. Dasselbe Scheiß schon wieder. Die Musik, ne? Ich bin gerade an so einem Punkt angelangt, wo mir das tierisch auf den Sack geht. Ja, also... Oh, bitte, meine Herren Gesangsfahnen. Irgendwas muss man doch hier machen können. Das kann doch nicht so... Kann doch nette Wahr sein. Ach, hier waren wir gerade. Naja. Das ist jetzt nichts Neues. Ach, komm, Yoshi. Leck mich. Ich mache eh gleich ein Load-State. Und zwar jetzt... Ja. Noch mal ein Save-State. Ey, das geht mir alles gerade so auf den Sack, ne? Vor allem, weil ich nicht mal annähernd weiß, wie wir weiterkommen. Nicht mal an... Nähernd. Sind wir... Das ist doch... Alles nur Schmarrn. Ich weiß es nicht. Sind wir wieder in der Wolke drin? Hooray. Mensch. Oh, leck mich. Spiel. Ja, das ist auch so unbekannt. Hooray. Yo, toll. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Ohne Witz. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Im nächsten Part. Ist beendet. Ich habe keinen Bock mehr. Machen wir die Sage nochmal, aber mit normalem Ende. Also auf das Secret, ne? Also auf das Secret, ne? Kann ich pfeifen. Ohne Witz. Ja, sind nicht sehr weit gekommen, aber irgendwie... Hat das alles uns nicht weitergeholfen. So, nächste Mal. Nochmal die Sage. Normales Ende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.